Gut, da ist definitiv nichts, was ich anzählen kann. Halt. Warte, warum kann ich die nicht nachladen? Ist doch dämlich. Spiel, du machst mal wieder Null Sinn. Ah ja, dachte ich mir schon. Da darf ich also auch wieder meine neue Projektionsfähigkeit einsetzen. Total geil. Wenn der irgendwann mal wieder fertig ist. So, der braucht so kurz auch. Okay, jetzt ist er oben. So, jetzt kommt er runter. Hoffe ich doch, ja. Hmhm, 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 hmhm. 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 Falsch so... Oh... 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 Yeah... That's cool... Control... Gamma Team here... We've apprehended Varek near the elevator... Be careful... Don't turn your back on him for a minute... We'll be there to take him in... Wait a minute... Something's wrong... He's having some kind of fit... Oh... Oh... Besseron... There... Gamma Team, do you copy? Psi-Schlagangriff entdeckt... Ja... Das ist keine... Eigene Fähigkeit, sondern... Den Psi-Angriff halten sie eher, um psychische Energie zu sammeln... Und den Schlag aus... Security... Ein Experimental subject may be heading to the loading bay... You must not escape, stop him at all costs... Mhm... Mhm... Funktioniert am prinzipiell... So... Wow... Da steht ja noch einer... Warum steht da noch einer? Was soll denn das? Bin ich einfach so da rumstehend Typ... Achso, hier stehen alle noch... Prinzipiell zumindest... Ja, schön, dass ich mich nicht drehen darf... Während ich ziele... Ist das ein Dreck... Hm... Das schreit doch nach Heilung... Hm... Das schreit doch nach Heilung... Hm... Ups... Lalalala... Ich bin gar nicht da... Kommen die? Kommen die? Ich glaub, die kommen nicht... Die kommen doch... Ich wusste es doch... Hanno? Wer einer sah mir vorbei? Hm-hm... Den andern... Den andern... Und den auch... Was das war, das war ich? Dumme Frage... Da ist Heilung... Gut, wenn das Spiel unbedingt will... Mach mal was mal... Verwenden wir den... Entschuldigung... Verwenden wir den Angriff einmal... Würde ich sagen... Na... Ja, genau... Oh, fuck you... Ich möchte natürlich anmerken... Ich hab mich kein bisschen um das Ding bewegt... Oh, der steht noch... Ey... Griff 4... Meine Güte... Also ich konnte das irgendwann auch mal besser eigentlich, aber... Naja, was soll's... Wird's halt ein halbes Let's Fail... Who cares... Oh, oh, oh... Da fehlt mir doch was... Oh, oh, oh... Da fehlt mir doch was... Hm... Hm... Das haben wir den hier schön... Aha... Hm... Alles Müll... Drücken wir doch lieber mal den Schalter... Hey, wir kommen weiter... Da tötet... Ich glaub's nicht im Ernst und ich dich was sagen lassen... Nun, keine Psy-Bauer mehr... Aber wir haben nachgeladen, das ist gut... Höhöhöhöhöhö... Und wir haben Munition... Ganz viel Munition... Zack, zack, zack... Jetzt wieder ein Psy... Nein... Angriff... Also P... Okay... Na, so langsam müsste es aber mal platt sein... Na also... Ja, ich sollte vielleicht tatsächlich mal wieder die Pistole nehmen... Mhm... Das wär ein Raum zum sich verstecken, denk ich doch mal... Achso... Kennen wir doch schon das Spiel... Nee, nee, nee... So leicht nicht... Projektion... So... 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 Mhm... 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 Ich wollte doch grad sagen... Wenn hier schon... So Deckung steht... Steht die bestimmt nicht für umsonst da... Okay... Gut... Fuck. Oh. Ach da. Da. Achso hier. Entschuldigung. Entschuldigung, das... Das musste jetzt sein. Das musste einfach sein. Das fand ich dann doch irgendwie einfach zu lustig. Mhm. Kurz wieder vollheilen. Vielleicht nicht unbedingt grad hier, aber im Prinzip ja doch. So. Den können wir mit der Pistole erledigen. Oder mit unserem Zielfähigkeit. Oder mit unserem Zielfähigkeit. Ja. Mann, hast du gut. Klar. Oh, fuck you. Mhm. Soll ich also das Auto nehmen, oder? Die öffnen. Machen wir das mal. Und... Ladevorgang. Ladevorgang. Ladevorgang abgeschlossen. Ladevorgang. 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 Ich erwarte nicht, dass du von dir hören kannst, bis du ihn hast. Du kannst ihn verbrauchen, Herr Lieber. Du verbrauchst süßes Zeit, Lieutenant. Ich sag ihm doch noch. Wahnsinn! Das ist Wahnsinn! Tö. Manchmal... ... finde ich die Bär schon. Warum schickst du mich in die Hölle? Ich auch nicht. Mann, sieht die bekloppt aus. Ah, wir waren noch bei unserem Optiker? Ach, war ich jetzt Telekinese? Was will ich damit? Hey, halt! Runter! Hä? Warum drehen wir uns da um? Ah, schön. Sieht ja schon wieder einigermaßen annehmbar aus. Was lag da eigentlich? Mhm, liegt hier einfach so rum, ja? Ja. Ja, da ist der nochmal ordentlich. So... hier haben wir ein Toilettenhäuse. Hier haben wir ein Toilettenhäuse. Hier haben wir ein Toilettenhäuse. Vielen Dank.